jo leute was geht ab mein Name und im heutigen video seht ihr auch schon den neuen shop und heute haben wir drei vorgestellte sachen im shop und zwar haben wir hier einmal ein funky kommando paket wobei wir einmal den disco fiebertanz haben den disco trombler als spitzhacke und natürlich den funky kommando als skin selber diese skins und natürlich der tanz plus natürlich die spitzhacke sind natürlich bekannt und sind hier im pack für 3040 statt 3800 v bugs zusammen erhältlich meine kaufe empfehlung auf jeden fall an euch falls ihr diesen skin noch nicht habt falls ihr interesse habt und das ganze natürlich haben wollt dazu haben wir natürlich einen wirklich neuen sehr sehr coolen skin was mir gerade sehr gut gefällt ist diese sogenannte disco kugel hier auf dem rücken falls ihr diesen skin auch haben wollt gönnt ihn euch auf jeden fall ist nicht ganz mein skin ich würde mir eventuell für den black blink holen aber es könnte auf jeden fall ein spitzer skin werden dann haben wir hier noch wie gestern die zuckerfee im shop eigentlich nichts besonderes gefällt mir nicht so gut ist aber nicht mein geschmack dann haben wir die nachtlicht skin für 800 v bugs im shop meine persönliche kopf empfehlung von heute auf jeden fall für 800 v bugs der beste skin meiner meinung nach dazu passend haben wir den leuchtstab als erntewerkzeug in der variante selten für 800 v bugs einmal den wunderkarte emoji für 200 v bugs den man eigentlich kennen sollte und elektro swing für 500 v bugs meine persönliche kaufempfehlung an euch falls ihr richtig viele v bugs noch üblich habt gönnt euch das hier und falls ihr wirklich sagt okay ich habe jetzt 1000 v bugs soll ich mir noch ein bisschen aufladen um die zu holen oder soll ich mir die holen empfehle ich euch diese hier und wie gesagt leute mir wird es auf jeden fall mega freuen wenn ihr das video bis hierhin geschaut habt schreibt auf jeden fall mal hashtag aktiv in die kommentare damit zeigt ihr dass ihr ein ehrenmann seid und aktiv seid lasst ein like da und für die neuen ich mache öfters sowas ich bringe auch rdw im battle royal wird mich mega freuen wenn ihr den abo da lässt und die glocke aktiviert auf ganz spannend und entspannt so leute dann haut auf jeden fall rein checkt mein instagram ab instagram avis youtube avis yt steht noch mal unten in der videobeschreibung wir sehen uns im neuen video und haut rein leute und ciao